soo stimmt alles ich weiß gar nicht ob alles stimmt aber egal so wir kommen zurück zu Syndicate Games ich werde jetzt 2 Stunden ich werde jetzt 2 Stunden Syndicate Games spielen genau ne ich werde jetzt 2 Runden Syndicate Games spielen nur um zu testen ich glaube ich hab noch nicht mal Hallo gesagt ich hab nur so gesagt Hallo Hallo so was wollte ich nochmal sagen ah ja stimmt ich werde jetzt 2 Runden Syndicate Games spielen Hallo und herzlich willkommen zu Syndicate Games ich werde jetzt 2 Runden Syndicate Games spielen zum wievielten mal noch ja und ich werde 2 Runden spielen einmal eine Runde nur nur mit traps aufgenommen nur um zu sehen woran die Audioqualität wirklich scheitert denn es hört sich nicht so gut an wenn ich SS ausspreche das hört sich nicht gut an wenn ich das dann in Camtasia bearbeite das hört sich nicht gut an nein und äh die 2 Runde werde ich dann mit Outer City aufnehmen nur um zu gucken äh also mit traps und Outer City aufnehmen nur um zu gucken dass auch ähm ob das mit Outer City besser ist sonst dann nehme ich Minecraft nur in Zukunft nur noch mit traps und Outer City auf oder Open Broadcaster aber Open Broadcaster werden wir nicht jetzt zum Livestream äh Livestream ich glaube dieses Video kommt noch heute also am 5.7. vielleicht aber auch nicht denn ich habe heute schon ein Video freigeschaltet ich werde noch 2 weitere freischalten wenn ich dazu komme und ich würde einfach mal sagen machen wir die erste Runde ich werde äh ja ich habe es umsonst so lange gestreckt bis zur ersten Runde einfach nur weil ich nur 2 Runden spielen werde und ich glaube nicht dass beide Runden so lang werden meine Fresse das wird auf jeden Fall eine kurze Runde und dann nehme ich gleich mit oh das sieht die aus oh yeah äh ach 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 so mein Essen meine Rüstung meine Legs es zeigt mir aber flüssige 30 FPS an also an den also wirklich richtig hart am ablegen kann es nun auch nicht sein ha jetzt lass mal wieder auf 60 FPS stellen YouTube supportet ja jetzt bald 60 FPS glaube ich bin mir nicht sicher äh wo ist der andere Typ? da ist er oh da war eine Kiste scheiße aaaaaa er hat eine Truhe äh ja er hat eine Truhe ja er hat eine Truhe geplündert ich nicht ich nicht er ist direkt hinter mir aber ich werd mir jetzt die die Truhe snacken ein Brot essen und fast mein Schwert ausrüsten nein 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 aaaaaa uuuhh ich hab verloren you lost 7 points egal ich bin weggerannt ich fühl mich so schlecht respawn ooh Mac wie lang haben wir jetzt 2 Minuten weiß nicht glaube ich habe nur zwei minuten egal mit das video kleiner und ich werde einen aufnahmekodex ja ich werde einen aufnahmekodex anwenden das heißt dass ich nicht mehr gemischte betraten habe von mal 8000 kilobits mal 3000 kilobits sondern konstante 3500 kilobits denn ich denke das ist meiner leitung gerecht bei 3000 weiß nicht 2000 kilobits weiß nicht ich muss einen perfekten kompromiss finden ich glaube minecraft kann ich in 1500 kilobits dann ist halt die uploadzeit doppelt so lang wie die wie das video an sich oder ich verwende ich verwende oder ich hab halt nur 3 oder ich habe 3.000 nur 3.000 3.000 kilobits dann brauche ich aber fast ein bisschen mehr als dreimal so lang wie das video ist das werde ich probieren mit 3000 kilobits ne 3000 kilobits dann sind es fast 6 mal so lang wie das video an sich ist ja und ich versuche die folgen nur unnötig zu strecken also dann nehme ich jetzt mit oder für die auf und man sieht mich an und man sieht mich dann hier und fahren bis gleich immer noch in der selben position äh falsch ups sorry so jetzt immer noch in der selben position ihr habt gerade noch eine weitere äh fraps aufnahme gesehen boah auf einmal ist es voll kalt in meinem zimmer ja ihr habt gerade eine weitere fraps aufnahme gesehen hehehe hehehe weil ich verkackt habe dieses eine häkchen da weg zu machen ich glaube das sollte jetzt gefickt gefickt sein nein gefixt sein äh ansonsten werde ich halt dieses video nochmal zum dritten mal äh ansonsten werde ich das hier nochmal zum dritten auf zum dritten mal aufnehmen äh ich weiß gar nicht was ich hier sagen soll und ja ich werde 3000 kilobit versuchen zu ändern denn camtasia macht ja automatisch ja 720p aber in der aber in der korrekten ne aber in einer variierenden bitrate ihr müsst wissen je größer die bitrate desto ähm besser sieht das bild dann aus oh deshalb sehen meine bilder auch immer so schlecht aus weil ich immer nur mit 1000 kilobit gerendert hab und ich häng so im mikrofon drinnen weil das mikrofon direkt vor mir ist äh ich werde wahrscheinlich auch nochmal ein video zu dem mikrofon machen gleich wenn ich nochmal drehe denn ich habe das mikrofon ein bisschen umgestellt das heißt der popschutz ist jetzt nicht 2 cm weg vom mikrofon sondern direkt am mikrofon ran ohne abstand ohne abstand hoch klacken klack 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 kiste aber auch alles mit aufnahme geklappt geklappt hat Rufit versuch nicht mehr so schnell zu reden Aber ich bin doch der neue King of Double Time. Bitch! Da ist eine Kühlstelle. Hoffentlich ist er nicht ins selbe Haus gerannt. Das wäre mies. Denn dann wäre der Grunde schon vorbei. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Doch, brauche ich. Brauche ich essen. Essen ist immer gut. Äh, Enderperlen. Lass mal auf drei. Hä, Kräumeister fällt out of the... ...of the world. Das heißt, hier ist only half a heart. So. So, wo ist er denn? Wäre da auch gerade fast runtergefrungen. So. And it wasn't on purpose. Äh, on purple. Ich hab ein Level. Ich hab mal ein Level. Und ich verzauber zum ersten Mal ein Citykick-Cips. Oh mein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sieh, der Boss sieht, ein Blockidostoff, zieht die Glockidobkopf, schießt und pumpziert ein Loch, ihren Kopf, wie ein Zupf. Sieh mal. Oh mein Gott. Isch. 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 ै. gehört irgendwo ich weiß es doch eine rote eine rote eine rote eine rote geht das nein jetzt habe ich eine nachricht bekommen mich ich weiß gerade nicht wo der ist ich möchte töten das machen spiele wie minecraft aus kleinen jugendlichen wo ich bin gar nicht mehr so klein ich bin auf ich bin voll alt ich bin schon 14 ich bin voll alt mindestens genauso alt wie maudado oder ohrsaft ich weiß das hab dich gefunden oh freck weib ich kann nicht rennen er hat okay was hat er jetzt geschrieben so ich werde mir gleich noch mal anschauen würde sagen das war's dann fünf minuten word er wird dann einfach mal sagen tschüss bis zum nächsten mal haut raus schuss schuss so meine freunde meine freunde ja jetzt seid alle meine freunde äh so das mikrofon hat sich wieder umgestellt äh jetzt werde ich manuell das mikrofon halten müssen leider äh ja es hat sich heute herausgegeben aus diesem videotest das äh camtasia probleme hat mit dieser audiodatei von fraps das heißt an fraps liegt es nicht sondern eher an camtasia camtasia kann diese audiodatei von fraps nicht richtig abspielen äh ich werde wahrscheinlich ein anderes äh schnittprogramm suchen müssen kaufen und so weiter und so fort oder so oder ich werde jetzt einfach wieder video wieder auf moviemark aber mit audacity geht es eigentlich äh ansonsten wo ist das eigentlich das war das fazit ich würde einfach mal sagen tschüss bis zum nächsten mal gebt diesem video einen daumen hoch wenn es euch gefallen hat äh und der gesamte restliche scheiß ja tschüss äh